Thüringen, ein Land voller Ideen und Projekte. Wie die Thüringer Aufbaubank für mittelständische Unternehmen Anreize für Wachstum und Investitionen schaffen kann, erklärt heute Thorsten Hörisch aus Apolda. Herr Hörisch ist Geschäftsführer der Hörisch Präzision GmbH, die er seit 2009 in zweiter Generation führt. Als mein Vater 1990 in der Garage angefangen hatte, hätte wohl niemand geglaubt, dass wir einmal 70 Mitarbeiter und eine Investitionssumme von 18 Millionen Euro haben werden. Darauf sind wir wirklich stolz. Wir stellen Präzisionsdrehteile für die Automobil-, Uhren- und Elektroindustrie her. Präzisionsdrehteile heißt wirklich sehr, sehr kleine Teile. Unsere Präzisionsdrehteile sind auch Schlüsselteile in mechanischen Baugruppen. Sie werden auf hochpräzisen Maschinen gefertigt. Unsere Tradition stammt aus der Ohrenteilefertigung, die mittlerweile 150 Jahre existiert. Daher sind unsere Hauptarbeitsmittel Lupe, Pinzette und Bügelmessschrauber. In den letzten sieben Jahren konnten wir mithilfe der GAW-Förderung 25 neue Mitarbeiter und drei Azubis einstellen. Insgesamt hat uns die Thüringer Aufbaubank bei 15 GA- bzw. GAW-Förderungen begleitet und das zum Teil in schwierigen Zeiten. Mit solchen Programmen hilft uns ein Partner wie die TAP, aus dem Bestand heraus zu wachsen und zu investieren. Und das ist für mittelständische Unternehmen wie uns sehr wichtig. Das zeigt sich auch nachhaltig in unserem tollen Betriebsklima. Danke, TAP. Gerne, Herr Hörisch. Mit unseren zahlreichen Förderprogrammen im Bereich der Investitionsförderung begleitet die Thüringer Aufbaubank viele mittelständische Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft. Kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie gerne. Ihre Thüringer Aufbaubank